Leute, ihr könnt das am Titel lesen Ich verlose meinen Shop Und ja, und was ihr müsst machen Müsst ihr erst den Kanal zu liken Und Daumen hoch zu geben Und die Glocke aktivieren Das sind die drei Sachen Also liken, Daumen hoch zu geben Also für das Video Liken, für das Video einen Daumen hoch geben Ob das Video euch gefallen hat Und dann letzter Aktiviert die Glocke Und ja, verpasst Verpasst nicht das Video Und schaut dir das Video zu Ende an Und ja Und was ich verlose Und was ich verlose Das sag ich jetzt Also es gibt Es gibt zwei Tico Und drei Zippe Also es gibt drei Zippe Es gibt zwei, die gleich sind Aber es macht sehr geil Und dann der letzte, die spezial ist Spezial Wir fangen mal mit diesem Zippe an Also ich verlose Die Zippe von Italien Und ja Ich verlose das Zippe von Italien Das Logo von Italien Und Leute Was ist das Besondere dran? Das ist nicht Fake Das ist echt Das ist aus Plastik Und Guck mal Das ist aus Wie glänzig Guck mal Guck mal Aus Plastik Also ist das Fresh Und ich zieh mal an So sieht das aus Oh geil Also Leute Wart mal kurz Ich mach schnell Ein Insta-Story Und Und Vergesst nicht Zu Instagram Zu folgen Und ja Leute Ich würde mir sagen Das war es mit diesem Italien Und Leute Ich habe das nächste Von Italien Das ist das Logo Noch das Zippe Und Da steht noch Italien Und das Logo Und das Seite Das ist ein bisschen anders Leute Oh no god So Alles sieht auch Nice aus Also Sieht Sieht Nice aus Und da Leute Das ist zu heftig Krank Also das bekommt Das bekommt ihr Nie wieder Es ist Ferrari Boah das aussuchen das aussuchen oder das aussuchen leute vor drei nur eins aussuchen leute was ich gerne möchte schreibt es mal in die kommentare und leute ich weiß das video ist leider zu ende aber ja es kommen zwei trikot einmal ich könnte das schon sehen ich habe zum beispiel ein anderes trikot aber leute ihr habt schon gesehen was ist das italien aber leute ich habe irgendwie zweimal italien und ferrari weil ferrari kommt auch italien also drei chappi drei chappi wo italien auf trikot drei also vier chappi also für italien sachen drei chappi italien ein trikot und leute ihr könnt das am trikot verlosen wie geil ist das leute und es gibt auch eine nummer italien logo und noch puma und noch das italien und noch die drei stelle was auch immer mal oder vier und da ist es fg also fg und letzter trikot das ist von is ok das ist nämlich das ist nämlich ein spezial trikot oh mein gott kante und und das trikot und moskito von moskito und von holten ich glaube nein eis ok club von zun zun zingen sie sagt also von sich als sie sagt also auch also auch nice auch empfehlungen und heute mal sagen wir leute folgt machen auf instagram und ja verlose ich das und das ist mein spezial video gewesen und das video gefallen euch und